Ich habe in jeder Etage dieses Hauses ein anderes HomeKit-Thermostat-System. Ist das etwas, was ein normaler Mensch tut? Ganz sicher nicht. Ist das etwas, was ich beibehalten möchte? Auch eher nicht. Heute vergleichen wir Tado, ein aus dem Homey und Zigbee und Z-Wave Thermostaten gebautes System und Eve-Thermostate und ich gebe euch so ein bisschen meine Erfahrungen und Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme mit. Viel Spaß! Links zu den besprochenen Produkten findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Einige von euch mögen mir vielleicht Befangenheit vorwerfen, weil ich das Tado-System zum Beispiel ja damals gestellt bekommen habe. Dem kann ich moralisch überlegen entgegnen, dass ich nichts von den Dingen, die ihr hier auf dem Tisch seht, bezahlt habe und demzufolge wieder völlig neutral bin. Am längsten habe ich das Tado-System bei mir im Einsatz und ich bin grundsätzlich weitgehend zufrieden damit. Es gibt so ein paar kleinere Punkte und der eine ist auch eher so mittelgroß, da kommen wir gleich zu. Vom Design der Thermostate finde ich sie im Vergleich derer, die wir heute auf dem Tisch haben, auf jeden Fall die ansprechendsten. Das ist allerdings subjektiv. Ich finde auch die Bridge angenehm klein, die baumilt einfach bei uns vom Router. Das ist alles ganz nett. Was mir aber an Tado wirklich gut gefällt ist, dass es sehr einfach einzurichten ist, dass es mehr oder weniger set it and forget it ist. Also ihr richtet es einmal ein und müsst dann nicht mehr machen als einmal im Jahr, zweimal im Jahr natürlich. Ein bisschen abhängig davon, wie leichtgängig eure Heizungsventile sind und wie oft die hoch- und runterregeln die Batterien da drin. Das kann es gewesen sein. Wenn alle Mitbewohner die App installiert haben, dann erkennt das System eben, wer zu Hause ist und wer nicht. Und wenn niemand mehr zu Hause ist und alle einen gewissen Radius um die Wohnung oder das Haus verlassen haben, dann regelt es die Thermostate runter. Gleichzeitig, wenn ihr euch der Wohnung dann wieder annähert, fängt es langsam wieder an zu heizen. Da gibt es einen schönen Schiebe-Regler, mit dem ihr bestimmen könnt, wie aggressiv dieses Verhalten eben sein soll, weil es ein bisschen die Energieersparnis mindert. Wenn er natürlich sehr früh, wenn ihr euch nur ein bisschen eurer Wohnung annähert, schon wieder volle Kanne hochheizt. Ihr könnt aber auch sagen, lass es. Ich will erst, dass wenn ich wirklich nach Hause komme, die Heizung angeht, dann ist die Ersparnis natürlich am größten, der Komfort aber am geringsten. Kurz noch der Disclaimer. Vor einiger Zeit hat Tado auf ein Abo-Modell umgestellt im Zuge des Upgrades von Version 2 der App auf Version 3 der App. Da ich allerdings recht zufrieden war mit dem Funktionsumfang der App, habe ich dieses Upgrade nicht mitgemacht. Also alles, was ihr hier heute seht, betrifft immer noch Version 2 der App. Ich habe neulich im Rahmen des IFA-Videos mal die neue Version gezeigt und sie auch ausprobiert und war einigermaßen angetan. Also wenn es euch interessiert, mache ich nochmal ein Video zu der aktuellen Version der Tado-App und dem, was das System so dazugelernt hat. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Also wie gesagt, das System regelt für uns relativ automatisch. Da jetzt gerade Ferien sind und eigentlich immer irgendwie jemand zu Hause ist, ist auch den ganzen Tag über Heizphase. Da muss nicht besonders viel passieren. Außerdem gibt es da noch ein paar Komfortfunktionen wie Early Start. Also das heißt, wenn ihr sagt, es soll um 8 Uhr 21 Grad im Wohnzimmer sein, dann fängt er eben um, weiß ich nicht, 7.30 Uhr an aufzuheizen, damit um 8 Uhr wirklich die Temperatur erreicht ist. Auch das mindert natürlich ein bisschen die Ersparnis und erhöht den Komfort. Und all das lässt sich auch einigermaßen mit HomeKit bauen, aber es ist eben hier sehr komfortabel, da das nicht alles eingerichtet werden muss. Ausbedingungen, wenn der Letzte das Haus verlässt, wenn der Erste wieder nach Hause kommt und eventuell die Zeitpläne. Das funktioniert eben alles sehr komfortabel einzurichten. Und mit diesen Automationen, also der Überwachung, wann jemand zu Hause ist und den Zeitplänen, haben wir gar nicht so richtig den Bedarf mit HomeKit noch viel darüber hinaus zu schalten. Wie gesagt, jetzt gerade in den Ferien und wenn einer von uns von zu Hause arbeitet, sogar noch weniger, aber sonst hatten wir eben tagsüber, wenn niemand zu Hause war, die Heizung runter geregelt. Und wenn man dann doch mal einen freien Tag hat, dann sagt man Siri eben, ich möchte im Wohnzimmer jetzt gerne tropische 47 Grad haben und kann das damit kurzfristig hochregeln. Das gleiche kann ich am Thermostat machen. Ich habe hier so eine Drehfunktion, da kann ich ebenfalls hochstellen. Ich habe auch ein kleines Display obendrauf, dann kann ich das Ganze eben, wie gesagt, mit HomeKit, mit der App und mit diesem Drehrad einstellen. Und das gilt dann immer bis zum nächsten Mal, wenn der Heizplan eine automatische Änderung vornimmt. Auf der negativen Seite gibt es zu Tado zwei Sachen zu sagen. Eine Sache, die mich stört und eine, die ich bisher noch nicht als Problem wahrgenommen habe, die ich aber von einigen anderen als Kritikpunkt gehört habe. Das eine ist, das Tado-System besteht wirklich nur aus diesen Thermostaten. Es gibt Raumthermostate und die Heizkörperthermostate. Es gibt aber nichts weiteres, es gibt keine Fenstersensoren und das ist etwas, was mich schon etwas mehr stört. Es gibt die Möglichkeit einer offenen Fenstererkennung, die funktioniert über das Thermometer hier drin, also dann über Software. Wenn ein entsprechender, schneller Temperaturabfall im Raum festgestellt wird, hört er auf zu heizen. Und das funktioniert auch gut. Ihr könnt in der App einstellen, wie lange er dann eben Pause machen soll. Und das funktioniert für alle erwachsenen Leute, die nach Vorschrift Stoßlüften auch bestimmt total gut. Ich gehöre leider nicht dazu. Wir haben häufig den Anwendungsfall, gerade so im Badezimmer und auch im Schlafzimmer, dass wir das Fenster länger offen haben. Dass wir das Fenster auch mal über Nacht offen lassen, mehrere Tage offen lassen. Und da ist es eben so, wenn ich in der Software einstelle, dass nach 15 Minuten die Heizung wieder angehen soll, ist es eben ein Problem, wenn das Fenster weiter offen steht. Denn der Thermostat kann das nicht erkennen, er heizt ja nicht mehr, er kann also nicht mehr sehen, ob sein Heizen einen Effekt hat. Das heißt, ihr könnt ein Zeitfenster einstellen und wenn das abgelaufen ist, fängt er wieder an zu heizen, egal ob das Fenster zu ist oder nicht. Wie gesagt, kann für verantwortungsvolle Erwachsene überhaupt kein Problem sein, ich hätte schon sehr gerne einen Fenstersensor dazu. Und ja, ich weiß, ich kann mir einen HomeKit-Fenstersensor installieren und dann alles über die HomeKit-Funktion machen, aber es wäre schon sehr viel komfortabler, wenn das eben im Tado-System direkt funktionieren würde. Und der andere Kritikpunkt, den ich oft höre, ist, dass das Ganze über 6-LOW-Pan funkt. Was aussieht, als wäre jemand auf der Tastatur eingeschlafen, ist wohl das Funkprotokoll oder der Funkstandard, den Tado einsetzt. Und das Problem ist, dass es dafür keine Repeater zu kaufen gibt. Also wenn ihr mehr Reichweite braucht, als das, was diese kleine Bridge funkt, seid ihr aufgeschmissen. Das System reicht eben genau so weit. Und das ist bei mir kein Problem. Erstens, weil Tado mein Erdgeschoss-System ist, aber selbst als die Bridge noch unten war und ich den Thermostat hier oben unterm Dach hatte, hat das Ganze gut funktioniert. Wenn ihr super dicke Stahlbetonwände habt oder ein riesengroßes Haus, dann kann es eben sein, dass der Thermostat im Westflügel nicht mehr an die Tado Bridge melden kann. So, kommen wir zum Homey-System. Ich habe im ersten Stock Zigbee und Z-Wave-Thermostate, die an dem Homey angemeldet sind. Ihr müsst das nicht mischen. Ihr könnt euch dann gerade bei der Anschaffung des Homeys auch Geld sparen, indem ihr entweder nur Z-Wave oder nur Zigbee installiert. Ich habe beides, weil ich mein Leben hasse. Um alles ausprobieren zu können, vernünftig ist auch das nicht. Und der Homey hat im letzten Winter eine Menge dazugelernt, was Heizpläne angeht. Und auch da könnt ihr im Prinzip in dem System schon das meiste abfrühstücken. Ihr könnt Fenstersensoren auch per Zigbee hier anlernen. Allerdings muss ich sagen, dass das Anlernen der Thermostate schon sehr viel fummeliger ist, als bei den Herstellern, wo alles aus einer Hand kommt. Ich habe mir oft die Haare gerauft. Es hat oft mehr Anläufe als eine Handvoll gebraucht, um einen Thermostat wirklich an der Bridge anzuleeren. Auch einen Thermostat mal wieder zu vergessen und so. Die kommen von allen Herstellern. Das ist Fluch und Segen zugleich. Das bedeutet eben, dass ihr auch Thermostate habt, die einfach nicht tun oder nicht so reagieren, wie es im Handbuch des Herstellers steht. Es bedeutet aber eben auch, dass sie günstiger sind. Und der Vorteil mit dem Homey ist natürlich, dass ihr herstellerunabhängiger seid. Ihr könnt von verschiedenen Herstellern Thermostate ausprobieren. Ihr könnt nach und nach Sachen kaufen, auch je nach Angebot. Es ist eben nur manchmal etwas fummeliger, die zur Zusammenarbeit zu überreden. Und wie bei Tado könnt ihr die Automation auf der einen Seite in Homey-Systemen bauen und könnt dann eben auch HomeKit benutzen, um damit Steuerung der Geräte zu machen. Ähnlich wie bei Tado könnt ihr im Homey auch die Automation direkt im Homey-System bauen. Ihr könnt da eben zusätzlich einen Fenstersensor anlehren. Ihr seid da halt ein bisschen flexibler in dem, was ihr alleine in dem System schon tun könnt und müsst seltener auf HomeKit ausweichen. Das ist aber eben auch deswegen ganz gut, weil HomeKit nach wie vor eine Beta ist. Und das ist keine Aussage von Homey, aber das ist das, was ich von anderen Herstellern gehört habe. Apple möchte eigentlich nicht, dass es sowas gibt im HomeKit-System. Dass es eine Universalbridge gibt, an die verschiedene Geräte angelernt werden, die dann in HomeKit auftauchen. Sondern Apple möchte jedes Gerät einzeln zertifizieren, um Qualitätsstandards einzuhalten, Geldstandards einzuhalten. Und darum gehe ich nicht so richtig davon aus, dass der jemals die HomeKit-Beta verlässt. Und was das bedeutet, ist, dass ihr euch wahrscheinlich auch selber nicht zu sehr auf die HomeKit-Funktion verlassen solltet, weil sie theoretisch jederzeit verschwinden könnte. Großer Nachteil ist auch, dass die Anwesenheitserkennung nicht so vollautomatisch zu bauen ist, wie das bei Tado schon mitgeliefert wird. Beim Homey stellt ihr eben eher in der App ein, dass jemand zu Hause ist oder nicht mehr zu Hause ist. Es gibt wohl Möglichkeiten, das hinzubasteln, aber das beinhaltet wohl eher noch ein Raspberry Pi und wirklich viel Gefrickel nach allem, was ich gesehen habe. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wenn ich mich irre. Aber wie gesagt, das lässt sich zwar über HomeKit bauen, aber mit der Einschränkung, die ich eben genannt habe, verlasst euch nicht zu sehr auf HomeKit. Und ich hatte auch hin und wieder Zuverlässigkeitsprobleme, was die HomeKit-Schaltung angeht. Ein großer Pluspunkt, gerade wenn ihr ein ganzes Haus ausstattet, ist der Preis. Da die Thermostate sehr viel günstiger sind und ihr dann nur eben die einmal etwas teurere Bridge anschaffen müsst, oder vielleicht habt ihr sogar schon ein Homey, dann ist es auf jeden Fall finanziell die vernünftigste Variante, den zu benutzen, um euer Haus damit zu heizen. Aber wenn ihr ein ganzes Haus ausstatten wollt und 10 Thermostate oder mehr kauft, dann amortisiert sich selbst die Anschaffung einer 200 Euro Bridge schon recht schnell. Und vor allem, wenn ihr noch andere Zigbee- oder Z-Wave-Geräte habt, die als Mesh fungieren. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr baut ein Mesh-System mit Z-Wave auf und Z-Wave-Thermostate. Wenn ihr dann zum Beispiel auch noch unterputzt Z-Wave-Schalter habt, oder wenn ihr das Ganze mit Zigbee macht und Zigbee-Glühbirnen in den Fassungen habt, dann fungieren die als Repeater, die euch Reichweitenprobleme aus der Welt schaffen soll. Das heißt, auch an der Reichweitenfront seid ihr erstmal mit so einer Zigbee-basierten Lösung ganz gut aufgestellt. So, kommen wir zu den Eve-Thermostaten. Ich würde direkt jedem empfehlen, sich die Eve-Sachen mal anzuschauen, der nur ein kleines Setup hat. Ein Kinderzimmer, eine WG oder ein WG-Zimmer oder eine kleine Wohnung wäre das direkt mein Favorit, wenn ihr mit den Einschränkungen, zu denen wir gleich kommen, leben könnt. Und ich meine, du hast dieses Video angeklickt, wo es um HomeKit-Thermostate geht. Das heißt, ich würde mal davon ausgehen, dass du in irgendeiner Form schon ein Apple-TV oder ein HomePod da hast oder grundsätzlich HomeKit interessiert genug bist, dass du zumindest planst, dir sowas anzuschaffen. Das bedeutet, wenn du ein iPhone hast, kannst du eigentlich losgehen, dir einen Eve-Thermostat kaufen und damit erstmal ein Zimmer oder eine Heizung smart machen. Der Eve funkt ja mit Bluetooth. Das bedeutet sicherlich, dass man bei einer größeren Wohnung in ein Reichweitenproblem reinlaufen kann, wenn man nicht überall HomePods und Apple-TVs rumstehen hat. Da empfehle ich dir auf jeden Fall, dir den Eve-X-Tent mal genauer anzuschauen. Je nach Größe vielleicht auch ein oder zwei davon einzuplanen, wenn du ein größeres Setup vorhast. Eve punktet dann aber obendrauf auch noch mit Datenschutz. Das mag für den einen oder anderen auch noch ein nicht unerheblicher Faktor sein, denn Eve hat kein eigenes System. Eve sind wirklich HomeKit-Geräte, die die Daten nur in Apples HomeKit haben. Es gibt keinen Eve-Account, es gibt keine Eve-Cloud. Ihr müsst keinen Account einrichten, ihr installiert diesen Thermostat, richtet den mit eurem iPhone ein und danach spricht er eben mit anderen HomeKit-Geräten, aber legt diese Daten niemals außerhalb von HomeKit ab. Außerdem ist die Einrichtung ein Traum und das Zusammenspiel mit den Fensterkontakten funktioniert perfekt. Wenn ihr die ebenfalls von Eve kauft, die in den gleichen Raum steckt und einfach sagt, dieser Thermostat soll auf diesen Fenstersensor reagieren, dann funktioniert das alles einfach. Heizpläne könnt ihr alle in HomeKit festlegen. Da hat die Eve-App eben so ein bisschen Hilfestellung für. Sie legt auch automatisch die Reaktionen auf den Fensterkontakt in HomeKit an. Also das ist wirklich das nativste HomeKit-System, allerdings auch mit allen Einschränkungen, die eben HomeKit mit sich bringt. Wenn ihr also zum Beispiel eine Anwesenheitserkennung haben wollt, müsst ihr die eben in HomeKit selber bauen. Wenn der erste nach Hause kommt, macht die Heizung an. Wenn der letzte das Haus verlässt, macht die Heizung wieder aus. Alles nicht besonders wild, muss auch nur einmal eingerichtet werden, aber es muss eben gemacht werden, damit es vom Funktionsumfang so dem Tado-System nahe kommt. Und dann könnt ihr hier, da es eben wirklich nativ mit HomeKit funktioniert und auch nur mit HomeKit funktioniert, also außer ihr schaltet hier oben am Gerät. Dann könnt ihr das Ganze auch mit Shortcuts feinschleifen, dann könnt ihr eure Automation nach und nach in HomeKit nachjustieren und anpassen. Aber eine starke Einschränkung ist eben, dass es nur mit HomeKit funktioniert. Das ist ein reines HomeKit-System. Das heißt, wenn ihr aus irgendeinem Grund keinen Zugriff auf HomeKit habt, zum Beispiel weil irgendjemand in eurer WG aus unerfindlichen Gründen ein Android-Handy benutzt, kann er diesen Thermostat nur wirklich am Gerät steuern. Tado kann theoretisch auch mit Alexa und mit Google Assistant funktionieren. Der Homey funktioniert ja sowieso erst mal autark und kann dann eben in Siri integriert werden, in Alexa integriert werden oder in Google Assistant. Das hier ist wirklich ein reines Apple-System. Wie ihr seht, ist das alles nicht so einfach. Es gibt auch von Netatmo noch ein System, das mit HomeKit funktioniert, aber so viele Etagen habe ich nicht. Wenn ihr wollt, dass ich das auch teste, dann liked das Video, teilt es mit euren Freunden und vielleicht miete ich dann irgendwann von dem ganzen YouTube-Geld noch eine Wohnung, wo ich das Netatmo-System tue. Wenn dich noch ein anderes System interessiert, dann schreib es gerne unten in die Kommentare und dann schaue ich, ob ich mir das in Zukunft anschauen kann. Aber was ist jetzt das Fazit? Jedes dieser drei Systeme hat seine Vorteile und seine Nachteile. Tado ist ein sehr schönes, in sich geschlossenes System, das sehr komfortabel funktioniert, sehr schnell einzurichten ist. Und wenn ihr keinen eigenen Fensterkontakt braucht, ist es wahrscheinlich das, was ich den meisten Leuten, die ein größeres Setup haben, ans Herz legen würde, als das, womit ich ein Haus ausstatten würde, wenn du nicht unbedingt in einem Schloss wohnst. Mit dem HomeKit kannst du dann günstiger ein großes System einrichten. Du bist ein bisschen flexibler in dem, was du an Geräten benutzt und auch an Automationen und hast eben ein in sich gekapseltes System. Die HomeKit-Integration ist da eher zweitrangig. Gerade wenn es um Reichweite geht, würde ich wahrscheinlich auch einfach nur zu dem Z-Wave-System greifen und das damit ausstatten, das spart im Zweifel nochmal 100 Euro. Bei großen Setups kannst du diesen Preisvorteil aber eben richtig ausspielen. Der EVE ist dann wieder ein schönes Gesamtpaket, gerade mit den Fenstersensoren. Vorausgesetzt ist sichergestellt, dass alle Mitbewohner mit Apple-Geräten unterwegs sind und dass du das Ganze nicht mit Alexa zum Beispiel zusammen benutzen möchtest, sondern rein mit HomeKit die Dinger steuerst. Das ist leider die Situation und ich fürchte, jeder von euch muss für sich entscheiden, welches System in Frage kommt. Welche Kriterien legst du an? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass uns über Thermostate diskutieren. Der große Vorteil von HomeKit ist ja, dass theoretisch am Ende alles zusammenläuft und man eben auch, wie ich das hier mache, mehrere Systeme gleichzeitig benutzen kann. Das würde ich aber den meisten Leuten nicht empfehlen, weil gerade wenn man sich dann ein System hält, man doch vieles komfortabler einrichten, verwalten kann. Viele Vorteile, die dann eben aus diesem einen System heraus entstehen, die über die Funktion von HomeKit hinausgehen, genutzt werden können und ja, also man spart sich viel Aufwand, wenn man nicht versucht, mehrere Systeme hinterher in HomeKit zusammenzudengeln. So, wie gesagt, für den Spiel und Zeug Wohnkomplex gerne alle Videos liken, teilen, den Kanal abonnieren, auf die Glocke hauen. Wenn du neu hier bist, dann verpasst du zukünftige Videos nicht. Bis dahin kannst du hier weiter schauen. Hier ist meine Playlist mit HomeKit-Geräten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh, ciao. Oh, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020